So, heute wieder schöne Tour bei Spandau, nicht wahr? Wo ist denn der Chef jetzt? Hallo? Ja, 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 das blaue Hemd ist jetzt in der Wäsche. Deswegen habe ich hier schön meinen Pullunder heute an. Ist ja auch Sommer, schön kurzärmlich, oder wat? Ja, ja. Hä? Wie, bitte? Na, hör mal! Ich kann doch nicht auf einmal hier Formel 1 machen, oder wat? Die Leute wollen hier mal wieder Bus sehen. Ja, Formel 1 kenn ich. Das ist hier mit den Autos, mit den vier Reifen. Ja, wie? Ich kann doch jetzt hier nicht auf einmal Formel 1 fahren. Ich habe ja nicht meinen Helm. Das ist dein Ernst, oder? Alter. F1, 23? Das ist mein Auto. Formel 1 Team McLaren. Da bin ich jetzt drin. Ich habe hier sogar so ein Visier. Wenn mal der Wind kommt, dann kann ich das hier... Schön. Äh, da haben wir ja hier Training und so. Brauchen wir nicht. Ich weiß noch, wo ein Gaspedal ist und wie man fährt. Dann würde ich sagen, direkt ins Qualifieren. Ich habe ja auch nur dieses eine Wochenende jetzt hier Zeit. Ich muss ja Montag wieder in den Bus. Na ja, dann gehen wir mal rein. Nicht wahr? Ja, ja. So, dann geht es jetzt mal rein hier in den Qualifier, oder wow. Tendiert haben wir aber genug. Dann gehen wir jetzt mal hin. Oh, es ist abends. Okay. Drei, zwei, eins und go. Oh, da sind ja noch andere. Abfahrt! Du, äh, ich kann, hörst du nicht? Ich bin ja einfach an der Funke. Ich lösse mich da einfach an. Äh, Kevin? Kevin, bist du da? Du fährst jetzt richtig vom 1. Boah, hast du mal gesehen, wie schnell die Autos... Wie, bist denn du hier in meine Leitung gekommen? Hier, drück mal die Bremse. Das, äh, bremst dann übel geil. Du Frechdachs. Du, ich bin hier gerade mitten im Qualifier, wirklich. Okay, verzüglich klasse, dass du jetzt hier in Formel 1 fährst. Du fährst ja sonst Bus. Äh? Au! Au, verstanden. Entschuldigung. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin. Die haben mich einfach angerufen und haben gesagt, ey, Kalle, du kannst doch gut Bus fahren. Dann kannst du nicht... Au! Auch mal in den Formel 1-Flitzer setzen, weißt du, wie ich meine? Ich sitze jetzt hier in McLaren. In McLaren. Au! Oh, da kommt, da kommt Rauch aus meinem, aus meinem Auto. Da kommt Rauch aus meinem Auto. Scheiße. Ich ruf mal Maxe an. Maxe! Hi, Kalle. Ja, pass mal auf. Ey, hier kommt irgendwas irgendwie aus meiner, aus meiner Mühle raus hier. Wann mach ich jetzt? Warte mal, ich guck mal kurz. Äh, hast du schon mal versucht, das Auto aus und wieder einzuschalten? An-aus? Was? Wie an- und ausmachen? Ich bin hier in einem Auto und nicht am Computer. Sag mal, und äh... Ansonsten so, da ist so ein Stecker hinterm Lenkrad. Den kannst du mal abziehen und wieder ranstecken. Stecker raus rein? Was laberst du? Hast du schon wieder am Sache gerochen oder was? Ich fahre hier Formular 1! Kannst du mir mal deine Team-Viewer oder Any-Desk-ID durchgeben? Team-Viewer, kann ich dir auch nicht anmachen? Nein! Sag mal, ich kapier, Ärger, du sollst mir als Techniker zur Seite stehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie hast du denn den Job bekommen? Komm du erst mal runter. Ich geh mir jetzt einen Kaffee holen. Matze, wehe, du... Und dann schauen wir mal weiter. Matze, Matze, wehe! Du kommst zurück! Matze! Matze! Scheiße! So! Ich glaube, die Mühle hat sich beruhigt. Der Vries wird hier auch nochmal gesnackt. So, aktuell sind wir auf 12 von 20. Das ist doch komplett solide, Digga. Weißt du, warum man das Pole Position nennt eigentlich? Damit man vorne mit dem Fertig... Henning! Oh! Erster werden! Warum schreist du mir so ins Ohr? Pole Position ist doch überhaupt nichts für mich. Ich fahr hier zum ersten Mal, sag mal. Spinnt der? Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen Tempo machen hier. Bisschen Meter gut. Ey, Russel! Behalte mal deinen Russel für dich. So, das läuft! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Mit hier ein bisschen viel Gas. Kalle, wir müssen reden. Oh, hi, Vanessa! Kalle, dein Arbeitsplatz sieht scheiße aus. Überall Karton, leere Flaschen, räum das weg. Ja, wie aufräumen? Du, ich bin hier gerade im Bahrain. Äh, äh, am, 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 am Regen hier. Ich fahr hier gerade Formular-Worten. Ist mir komplett egal. Räum das weg. Ich hab's dir so oft gesagt. Die laufen Kunden lang. Es sieht furchtbar aus. Das kann ja gar nicht sein. Ich bin ja eine übelst ordentliche Person. Wie kannst du denn... Das kann doch nicht ich gewesen sein. Kalle, ich hab jetzt wirklich die Schnauze voll. Du drehst sofort um. Weißt du, wie mich das belastet? Mein Therapeut, ich rede nur noch von dir. Ich schick dir die Rechnung zu. Therapeut? Vanessa, also ganz ehrlich. Ich hab da jetzt keinen Kopf für. Da musst du jetzt noch mal alleine durch. Also ich, ich muss jetzt hier... Au, je, 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 je. Schafe, kurve, schafe, kurve, schafe, kurve. Au. Was ist sie denn jetzt so? Ja. Wir haben einen Platz 12 sogar noch. Sogar noch Platz 12. Mega geil. Oder? Irgendwie, äh, ja. Ja, Kevin Westwald hier. Vorm spannender Abendblatt. Sag's mal, Herr Kalle. Wie freuen Sie sich denn jetzt? Diese Morgen, Ihr erstes Rennen. Ja, also, ich muss ja sagen, ich bin jetzt hier so ein bisschen reingerutscht in die Formula One. Wie das jetzt alles passiert ist, aber auch keine Ahnung. Ich bin ja letzte Woche noch Tour gefahren auf Bus, schön durch Spandau mit dem X33. Und jetzt auf einmal soll ich so eine Rakete fahren. Ich weiß auch nicht, warum? Ganz, ganz, ganz wild. Ja, also Qualifying, Sie wissen ja, es geht ja um eine schnelle Runde. Das war jetzt... Ja, also, ich muss mich natürlich ja erstmal auch an das Gerät gewöhnen. Und überhaupt, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von der ganzen Armatur und all das. Mein Lenkrad im Bus ist ja auch viel größer. Viel, viel größer ist das. Und da muss man sagen, das ist eine ganz schöne Hürde. Eine ganz schöne Hürde ist das für mich. Jetzt haben wir ja diese Saison diese neue Precise Drive-Technologie fürs Gamepad auch. Wie fühlt sich denn damit? Ja, von der Technologie habe ich auch schon gehört. Das könnte natürlich dabei helfen, hier erfolgreich zu werden in der Formula One. Dementsprechend sehe ich da auch vielleicht noch Potenzial, dass es besser wird. Aber jetzt gerade hier, morgen habe ich mein erstes Rennen. Ich weiß es noch nicht, was das für mich bedeuten wird. Normalerweise fahre ich ja nur da meine Runde, dann kommen die Leute, erzählen mir ein bisschen was. Und dann raste ich ein bisschen aus. Hier ist absolutes Neuland für mich. Bin ich ehrlich. Ja, jetzt mit dabei im neuen Rennkeller ist ja auch Las Vegas und Katar. Da geben wir es aber mal ordentlich Vollgas, oder wie? Las Vegas? Oh ja, geil. Da kann ich mal schön einen auf den Döds hauen. Schön alles auf rot oder was. Ey, ultra geil. Geil, geil, geil. Katar ist jetzt, weiß ich nicht, ja, bestimmt auch schön dort, aber ist jetzt nicht so mein Reiseziel number one. Ich kann ja auch nicht immer Urlaub nehmen. Die Tour muss ja laufen. Aber ich kann mich ja auch in Las Vegas dann mal davon erholen, dass die Leute mir die ganze Zeit ihre Katze zeigen. Ja, ich bin gespannt, wie das Rennen wird. Wie gesagt, bin jetzt hier absoluter Anfänger, dass ich hier gleich in der ersten Liga mitspielen darf und mal aufs Tor. Also wirklich, toll. Aber was es wird, werden wir morgen sehen. So, ich muss jetzt aber auch los, aber ich wünsche dir ganz viel Spaß. Toi, 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 Klasse. Und ich kenne noch ein Bild von der Katze. Schalalalalala. Schalalalalala. So, heute großes Rennen. Oh, Henno. So, Kalle, bevor es losgeht, also ich will ein astreines Rennen sehen. Wir sind gewappnet. Ich bin über Funk erreichbar und wenn was ist, melde dich einfach. Äh, und wegen des Grünkohlseintopf noch mal. Vielleicht kurz, bevor es losgeht, machst du hier nochmal eine Liste. Du brauchst ein Kilogramm Grünkohl, entweder frisch oder aus dem TK gehackt, ja. Ich nehme immer den gern aus den Gläsern hiervon. Wie heißt die Marke? Ist auch egal. Ey, was interessiert mich dein scheiß Grünkohleintopf? Vorwiegend festkocht. Ich will jetzt ein Rennen fahren. Ey, wir starten von der 19? Wie ist das passiert? Wow, es geht los. Ich ziehe an euch ein vorbei, Alter. Platz da, ich muss durch. Oh, 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 oh. Ah, ui, ui, ah, ja. Aber direkt durchgezogen. Leclerc, verpiss dich. Oh, 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 shit. Ah. Ich will, dass du das gibt jetzt. Das Ding kann doch mehr als ein Bus. Schön, acht Gänge hier. Dann nimm doch mal. Guck mal, du bist im vierten, Junge, im vierten. Oh, Henning, jetzt laber mich nicht voll hier. Oh, scheiße. Jetzt habe ich einen Crash gebaut. Nein, gib Gas. Ja, schalt du rein, genau. Und noch mehr. Mehr, mehr. Ich fahre schon so schnell. Ich kann, Henning. Was soll das? Ich gebe einfach nur noch Vollgas. Scheiß drauf, Digga. Pass auf, da kommt der Verstappen. Der Verstappen da. Ja, der Verstappen, Max. Ich weiß, der Verstappen. Genau vor mir. Ui. Oh, 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 scheiße. Komm nicht klar. Ui, oh, Entschuldigung. Wer auch immer das war. Ich schiebe erst mal eine ruhige Kugel. Sollst du jetzt hier Gas geben? Zum Überholen musst du schneller sein. Nee, Henning, mir ist das alles zu schnell hier. Wir können auch langsam fahren. Hauptsache, wir sind dabei oder nicht. Ist das so schwer? Das ist jetzt nicht Physik. Ich fahre hier Schneckentempo. So, erste Runde haben wir, oder? Heute schütte ich mich zu. Denn ich habe auch jeden Grupp. Miau, 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 miau. Alles okay bei dir? Scherz nicht. Sollen wir ein Fenster aufmachen? Ey, Cheryl! Hamilton auf der 19? Was ein Lappen. Was ein Opfer. Guck mal, Hamilton auf der 19. Was ist das für ein Opfer? Weißt du, Kalle, ich hatte früher auch einen anderen Job. So wie du. Hab bei der Bank gearbeitet als Banker, ne? Hat sie nicht ausgezahlt. So wie deine scheiß Fahrtechnik. Alter, Henning, es langt. Ich riege den Arzt und los. Schrei mir doch nicht so in die Ohrmuschel. Ich will noch was von meinem Gehör haben, hör mal. Du startest im Grunde ganz easy. Ja, du haust hier die Margarine oder Butter schön in den Topf und schwitzt die Zwiebeln schön an. Ja, mit so 50 Gramm Butter oder so. Bis die richtig glasig werden. Die müssen schön angeschwitzt sein. Vorher natürlich richtig fein hacken. Ja, so, und jetzt fahr weiter. Geh vollgas. Nächsten überholen wir. Was hat der die ganze Zeit mit seinem scheiß Grünkohleintopf, Alter? Ui. So, jetzt gehen wir hier mal Gas. Runde drei. Alter, wir sind auf Platz zwölf. Da gehst du nicht auf Gas zu treten, ne? Du musst ja auch erster werden. Sebastian, geh zurück in deine Mutter. Was ist los mit dir? Alter, Chuck Norris ist vor mir. Hey, Chuck Norris. Verpiss dich. Ich hol mir den. Oh, shit. Gib Gas. Ja, Schaltung rein. Genau. Und noch mehr. 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 Henning. Henning. Hallo. Henning, beruhig dich jetzt mal. Lass noch ein bisschen Hirn an, deine Luft. Andersrum. Das war ein Chihuahua. Rau, 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 rau. Ich bin Boy Terrier, verstehst du, Sebastian? Dieser Scherzick hier bellt der mir ins Ohr. Weißt du was, Kalle? Ich hab was über dich. Was ist denn hier die Lieblingsfrucht von Mozart? Kennst du, ne? Ach, Henning. Bei dir ist er auch schon Hopfen und Malt verloren. Ananananass. Anananass. 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 Henning. Ja, ist geil, ne? Anananass. 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 Ananananass. Und noch ne Ananass. Und noch ne Nass-Nass. So läuft das nämlich. Verstehst du, ey? Warum machst du das mit mir? Ich hab doch schon genug erlitten. Also, Kartoffeln rein, Tofu, falls du Tofu magst, dann 15 Minuten kochen. Ja, ja. Ja, Salz, Pfeffer und dann musst du mit süßem Senf das Ganze abschmecken. Ja, Mann, ich hab hier wirklich andere Sorgen als deine scheißen Mettenden oder Tofu-Würfel. Boxenstoppfenster offen. Runde 6 bis 13. Aha. Oh, der Verstappen. Der Verstappen da. Ja, Verstappen. McLaren holt auch langsam auf, Kalle. Und dann in der Zwischenzeit natürlich die Kartoffeln schälen, während die Zwiebeln angeschwitzen. Ja, die musst du auch schön in kleine Würfel schneiden, damit das mundgerecht ist. Und dann mit dem Tofu. Ah, nee, du nimmst ja mit den. Was? Wenn er das so erzählt kriegt, langsam echt Hunger, wenn ich ehrlich. Sebastian, kannst du mir mal irgendwie was zu essen klar machen? Ich hätte gerne hier mal langsam eine Portion oder was? Äh, äh, das war ein Esel. Du, Kalle, ich hab dir das Safety-Car geschickt mit so ein paar gebrannten Nudeln in so einer schönen Box gebraten Mandeln. Ja, ja, geil. Du, ich hake hier so lange. Ich stelle mich hier kurz hin, dann warte ich. Ach so, ich muss ja fahren. Äh, äh, wenn das Safety-Car vorbeikommt, dann kann ich ja Vollgas geben. Äh, ich bin jetzt letzter. Von der 3 auf die 20. Na gut. So, da holen wir sie doch langsam wieder ein hier. Wir sind wieder back in the building, hallo. Ist irgendwie an den Kollegen hier vorbei, ne? Ich meine, ich gebe ja auch mal in der Innenstädte, gebe ich ja auch immer Vollgas. So, jetzt haben wir mal Strecke. Komm, komm. Zieh, 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 zieh. Uuuuh. Allerhälfte des Rennens ist over. Hast du schon mal mit frischen Reifen was gestartet? Ne? Merkt mal ganz klar. Ach, den Reifen geht es noch gut, Henning. Jetzt mach ich ja nicht so einen Larry. Ich habe die Schnauze voll. Hier, da ist eine Fahrkarte. Kennst du selber gut genug. Hier ist ein Bild von einer Katze. Wieso zeigst du mir das scheiß ganzen Foto? Oh, lass mich durch. Ich bin Arzt. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Oh. Das war der geplatzte Reifen. Ach, Herr Jemine. Ab in die Box, Kalli. Ab in die Box? Okay. Machen wir. Oh, hier ist richtig voll. Oh weia. Alter, die fahren alle rein. So wie du fährst, habe ich den Jungs gerade gesagt, komm, mach Pause. Henning. Wir können das alleine. Henning, nein. Du musst mir jetzt helfen. Fahr rein in die Box, du kannst du, fahr rein. Oh, da steht, oh, der andere, guck mal, Chuck Norris will auf. Das kostet Geld. Ja, ja. Mein Geld vom Budget, muss ich das abziehen. Geschätzte Lebensdauer, 13 Runden, ich leb hoffentlich länger. Scheiße, wir müssen Platzierungen gut machen. So. Wer geht jetzt besser? Nee, dann hau ab, komm. Wenn es nicht geht, fahr wieder Bus in Buxtehude, Spanner, es ist mir egal. Ich kann das nicht mehr. Sag mal, Henning, Henning, das ist Arbeitsverweigerung. Henning, komm zurück. Sieh mal zu, dass du die Kurven besser fährst. Äh, Ding, so, und jetzt nochmal. Der grünen Kohl muss 45 Minuten kochen, bevor die Kartoffeln... Ey, Max. Das war ein Elefant. Ey, Sebastian, bitte, geh zum Arzt, das kannst du nicht mehr geben hier mit dir. Ich fahr hier ein Rennen. Oh, 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 hauaha. Oh, hauaha. Miau, 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 miau. Das war eine Katze. Mir fehlen die Worte. Was? Mir fehlen die Worte. Sterzig. Was ist mit dir? So, den Hamilton holen wir uns noch. Auf den Zielgeraden. Kommt schon. Ziel. Ja, na gut. Sind wir Sechster geworden. Dann ist das halt so. Was? Das geht noch weiter? Ach du Scheiße. Oh, oh. Das gibt Ärger. I am the tiger, it is the middle of the line. Ihr seid solche Lappen. Ich stand schon eine halbe Minute an der Stau. Oh, 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 oh. So, Kalle, als Dankbarkeit für diesen wunderbaren Arbeitstag spoiler ich dich jetzt noch. Wer, Henning? Henning, wer? Winter der Leidenschaft, kennst du, ne? Letzte Folge, Hans und Christina. Die lassen sich scheiden. Was? Henning! Scheiße. Oh, nein. Nein! Zu! Ich will selber zusehen. Oh, Scheiße. So, Kalle, tolles Rennen. Lief alles wie geplant. Ganz schön erfolgreich bist du heute gefahren. Da können wir drauf aufbauen. Für den World Grand Prix Cup hier. Du, ich habe hier nochmal ein Foto. Hier, guck nochmal. Ah, Scheiße, das ist meine Katze. Hier, so muss der aussehen. Schön. Du kannst natürlich hochskadieren. Bist auf vier Kilo, ne? Also je nachdem für wie viele Personen. Vier Kilo? Ich habe für eine ganze Mannschaft hier gekocht. Naja, schönen Feierabend. Scheiße. Ja, ähm, Glückwunsch zu dieser Platzierung, die jetzt aber nicht, ja, war jetzt nicht so doll, ne? Mit dem, eigentlich muss man schon gar nicht mehr kuppeln bei den Autos, aber das war bei Ihnen. Was soll ich sagen? Ich wurde hier einfach reingeschmissen. Ich sollte hier auf einmal, auf einmal sollte ich hier ein Interview, äh, Formel 1 fahren oder was und, äh, wird hier in so ein Auto gesetzt, was viel zu schnell fährt und ich glaube auch, dass das so nicht durch den TÜV gehen würde. Auf öffentlichen Straßen dürfte das Auto nicht fahren, bin ich ehrlich. Ja, gut, ähm, es gibt ja noch andere Sportarten für Sie vielleicht, irgendwie so Minigolf oder Kegeln oder, naja. Andere Sportarten? Also, sorry, aber ich gehöre hinter das Lenkrad, das ist ja wohl mal glasklar, ne? Ja, uns ist jetzt so angekommen, dass das Team anscheinend auflösen wird, wie ist also... Aufgelöst? Also davon habe ich jetzt nichts gehört, bin ich ehrlich. Also, da, da müssen sie, äh, bin ich auch die falsche Ansprechperson, glaube ich gar nicht. Ich habe alles gegeben, bin ich ehrlich, bin mir keiner Fehler bewusst. Ich werde jetzt mich verpiseln, weil das ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Also, Leute, wenn ihr auch mal ein Rennfahrer sein wollt, dann schaut doch gerne mal in die Videobeschreibung. Formula One, äh, 23 ist jetzt, äh, ne? Tolles Spiel. Also wirklich, macht Spaß. Ich als Busfahrer war jetzt heute noch nicht so erfolgreich, sage ich jetzt mal. Aber ihr könnt das ja sicherlich besser. Und lasst mal für meinen Katte Alex ein Like da, der die Scheiße hier schnallen muss, ne? In dem Sinne, macht's gut. Grüezi, euer Korschalze.